hier ist leider nichts schönes versteckt hier war ja auch nichts schönes versteckt das heißt es bleibt nur noch da ich nicht weiß ob da noch eine krabbe kommen kann genau das gott sei dank das gott den arsch gerettet so mein bogen ist das jetzt wieder normal das heißt sie kann wenigstens etwas schaden machen hier kann ich auch noch mal die 60 sekunden nachfüllen ja pfeil und bogen sind echt stark wo ist denn die normale armbrust hingekommen weil hier ist doch der star boater und der ist eigentlich nur doch der ist ein bisschen besser und wir sind wieder hier oh der ist doch gar nicht aufgeladen so kommen wir ja doch da gehen wir kurz weiter wir werden eh wahrscheinlich gleich wieder rausgeportet ach das wäre eine möglichkeit wahrscheinlich gegner zu fangen so da warten wir einfach mal hier bis wir rausgeportet werden wir haben nämlich so das gefühl das macht hier die tür auf hier die tür auf ja jetzt sollte auch der wieder saft haben nö das mache ich wahrscheinlich eher so auf ja hier gibt es zwei wege ok und hier hatten wir einen weg noch kann sie ein paar steile tragen das war jetzt ein komisches secret das ist doch was für dich was nix bringt weil du schon maximal armor hast so ein stein und freezing shield ist ein title spell gut das bringt dir nix weil du trägst die verdammt gute battle match plate die um einiges besser ist als das da oh der beholder auge ach 21 energy gut wir bringen uns wieder hier rein scotty das heißt ich kann eigentlich ähm hier einfach meine zeit nachfüllen danke ja das ist mir gerade zu einem fertig ich könnte das ganze auch ein bisschen einfacher machen da eh jedes mal wenn ich rausgeportet werde ich meinen mana misetten kann kann ich auch einfach den die blitzer am brust nachladen wie ich sie gerade finde die macht nämlich auch aber ein schuss darf ich verpassen so gut wo ist denn das recharge item nochmal gewesen ach das war einfach so was ich das ding ist nicht empty achso ich muss es in der hand halten stimmt also in den slot setzen so und gleich noch einmal gut da ist wieder rein hier unsere zeit aufladen oh ja stirb ganz langsam ich hoffe du warst gerade der einzige ja fast auch sehr schön ein mystery oh sehr gut noch ein steinchen und ich war wieder draußen so nachfüllen zeit nachfüllen so ja bei denen kann ich mir auch die haste sparen sondern einfach draufhauen der ihr schaden geht ja so mal kurz nachladen habe ich das ding noch gekillt äh ne bevor ich lade ich erstmal dann die armbrust nach ich könnte hast benutzen dann geht das schneller ja nur dass das rechargen irgendwie nie nicht richtig funktionieren will äh manchmal als ob es irgendwie nach jedem dritten versuch oder so patzen tut so da muss ich wieder hier rum das gekrabbelt da drüben mal konnte ignorieren hier nachladen so dich töten hey hey diese wand sieht verdächtig aus doch ein mystery oh hm ja ich sollte wirklich ja das sah auch verdächtig aus ich bin jetzt tatsächlich auf der anderen seite von so einem tor ding gelandet ist ja lustig ok da komme ich aber so noch nicht durch so das ist besser aufgeladen ok ok bevor ich hier reingehe lade ich erstmal wieder auf ich habe leider nur noch einen soen Stein da krabbelt was drin rum da sehe ich Gitter hm ja hierfür baue ich wieder so einen Stein und ich kriege die Steine halt nicht mehr raus gucken wir mal was hinter der anderen Tür sie verbirgt böse Gegner so letzter Schuss mit der Waffe dann tauschen wir mal lieber so hier können wir mal nachladen Vielen Dank.